. 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 Sie wohnt auch bei mir in der Gegend, hier hat es ja die Ruby und ich bin da so ein... Mal ist sie gesorgt. Helft? Ja. Sie ist? Ja, in Hacken, ja. Wir haben ja nächsten Sonntag, wir werden so wieder sehen. Christa wollte dieses Jahr hierher kommen. Ich meine, da sind das immer drei Meeres. Ja. Insgesamt sechs, also eins bis fünf. Ja. Ja, die Jahre mehr, gell ich? Nee. Jetzt sehe ich. Ach, die Dreier haben ja acht. Aha, siehst du. Für den Nehmen klappt es. Super gemein. Wir haben da auch teilweise gemustert von der... Oh, nö, nö. Ja, wir haben aber eben eine Reihe gelegt. Ich schüttel die ja aus. Mir ist halt egal, wo die nichts. Wir wollen nach Geruch gehen und nicht diesen Weg. Ja. 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 Im Juli habe ich dann mit Heinz wieder zusammen... Ja. Achso, Heinz. Ja. Ach so, Heinz. Ja. Der ist noch. Und der kommt alleine jetzt zurück. Ja? Ja. 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 Aber das ist ja auch wichtig, ne? Ja. Ja. Ja, ne. Aber so alt war die auch nicht. Auch? Sie wären heiligartig gewesen. Ja. Ja, als ich das in der Zeitung gelesen hab, erhielt das, denke ich, das kann das nicht auch. Lippe! Lippe! Ja! Ne, das ist ja so. Ja, und Ingo, wie alt ist der, der ist ein bisschen älter. Ich kann sagen, dass der 5 ist, der 5 ist. In der 3 ist alles knackig. Ja, und alles wird gemischt. Ja, das ist nur die 1.2. Jetzt hat's so. Acht Punkte. Aber das... Ja, aber das... Ja. 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 Wie weit bist du denn noch gestanden? Ich weiß nicht. Das ist doch, oder? Oh! Ja, okay! Ich suche mich wieder raus. Ne, ne. Hat diese bei mir nach Arbeit? Nee, aber... Aber das ist nicht so. Ja, das ist ja neun in der Box. Aber ich mache auch einen Tonier noch. Ja, von hier verzerrt er so gewaltig. Aber sogar die Hüte war noch drin. Schäferhunde. Erdl. Erdl kenn ich dich. Aber kennengelernt habe ich dich mit dem Schäfer. Nee, Erdl. Ach gut, Erdl. Das fand Erdl. Das fand er sehr schön. Ja, ich habe ihn mit dem Schäfer. Schade. Oh, ja. Das ist ein Ocean Butter Box.